Hallo und willkommen zurück zu Palaneens mit dem Pricks. Hallo. Und diesmal am Start mit dem Victor. Ja ich weiß es kann wieder was werden. Warum seid ihr eigentlich alles so schnell mit diesen Dreckspferden? Und ich juckel mir da einen ab. So. Oh ich bin fast down. Oh ich bin down. Ja ich noch fast. Ich bin auch mal wieder ziemlich alleine gerade. Ja ich bin down aber er ist auch down. Nice. Die anderen nehmen ihn gerade ein. Ja. Es wird wieder nichts die Runde. Das sehe ich jetzt schon. Ja wir nehmen gerade einen. Ja ich bin gerade in der Mitte. Ich versuche irgendwie durchzuhalten hier. Ja ich komme auch mal zu langsam. Aber ich habe ja keine Chance wenn keiner von den anderen Idioten aus dem Team irgendwie hilft. Mann ey. Ich bin. Ich bin der Scheißbude links da rum. Ich sehe drei Leute aus unserem Team. Ich sehe den in den Tunnel. Die ist mit der Knarre. Und irgendwie zwei andere noch gesehen. Die einfach die ganze Zeit nur verfehlen oder nichts machen. Ja. 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 Mit der verloren. Nice. Alter. Das nervt. Das nervt echt. Das nervt echt. Mhm. Mhm. So. Ich bin beim Wagen. Ja. Da müsste jetzt gleich Krokos kommen. Achtung. Ja wo ist sie denn? Okay. Die Hex ist auch down. Nice. Irgendwo ist noch der Bomb King. Oh ne. Ne. Das darf natürlich nicht fehlen. Ich bin beim Wagen. Ich bin beim Wagen. Trink den mal ein bisschen zurück. So. Achtung. Am Haus oben. Da ist Drohers. Drohers ist down. Am Haus oben. Briggs. Rechts. Ja ich habe gerade im Haus noch zwei. Ich habe es gut eingesehen. Tot. Einer ist weg. Bomb King versucht mich darum zu kümmern. Ah. Noch lebt er. Aber nicht mehr lang. Und sie lassen halt Wifi da komplett alleine. Ich bin aber auch gleich down. Sie lassen mich. Ich habe die ganze Drohers hinter mir. Und sie lassen mich. Die laufen an mich vorbei. Wie als wenn so. Oh ja ist nix. Alles gut. Alles klar. Na jetzt bin ich down ey. Oh. Die können mir die ganze Map hinterher laufen. Und keiner von den anderen Idioten trifft die mal. Ich gehe ichs kotzen. Das Rangen. Hehehehe. Hehehehe. Nicht so is range. Ne ist doch scheiß. Weiß ich bin Tank. Ich habe sechs Eliminierungen und davon vier Todesstöße gemacht. Da siehst du mal wie viel die anderen machen in dem Team. Ja. Ich glaube es dir. Ich bin auch wieder down. Und warum kriege ich eigentlich kein. Warum kriege ich keine Eliminierung. Die sind alle angehittet durch mich. Alle. Jetzt ist der jetzt im Ultime. Anstatt geradeaus zu fliegen. Durchs Haus auf mich geflogen ey. Ne ruhig Blut ist da nicht. Aber sie schauen es nicht. Na ich hoffe nicht. Ich glaube es geht um die Verlängerung wenn die alle am Wagen sind. Ne okay. Wie ist das. Alter alter alter. Ja schon nervig. Du kannst halt machen was du willst. Deine Mates. Wir müssen das irgendwie. Wir müssen irgendwie fünf Mates zusammenkriegen. Anders da geht es halt. Weil du wirst hier jedes Mal komplett zu geflankt. Weil sie einfach nichts machen. Keine Ahnung was sie. Da reiten die Kerlen. Aber das ist pervers. Wir müssen halt mal irgendwie parlor dienst ein bisschen suchten. Wir brauchen zwölf charaktere auf stufe vier. Dann können wir auch mal ranked spielen. Da geht es halt dann schon ein bisschen. Taktik mäßiger zu und nicht. Ich komm. Ich bin da oben. Ja aber du brauchst zwölf Helden dafür. Das ist halt schon pervers. Na gut. Die Helden habe ich ja jetzt. Ja aber jeder auf Level 4 ist schon hat. Ja deswegen muss man halt dann schauen ne. Aber es geht halt dann wesentlich gesitteter dann zu. Ja weil so wie jetzt ist es halt einfach kacke. Aber das ist ne Bombe. Die wangen einfach durch. Ich seh nix. Ich reg mich nicht auf. Ich reg mich. Bin ganz ganz entspannt. Getschillt. Das gibt es nicht alter. Ach komm schon. Ja Mitte verlieren wir jetzt auch gerade. Nice das Ding. Kann man genau mal so machen. Mhm. Ehrlich. Ja hier ist aber auch wieder kein. Es ist kein Mensch da. Ich kämpfe gegen vier. Das ist doch witzlos. Das ist echt witzlos. Ich komme in die Mitte und werde sofort. Alter ey. Wollte mich alle verarschen ey. Die haben drei Ultimates auf mich gemacht. Ich hatte die Bombe vom Bomb King. Ich hatte den Schneesturm von Evie. Und ich hatte dann am Ende noch einen von Drogos abbekommen. Geil. Ich komme. Ich habe keine Chance mehr irgendwo rein zu kommen. Weil kein Arsch irgendwo ist. Ehrlich. Es fickt einfach ab. So. Die ist down. Warum schon. Der Anna ist AFK bei uns. Nice. Kann man auch mal machen. Er ist auch down. Jetzt habe ich nur noch Mief vor mir. 1 zu 7. Nice. Kann man mal genau so machen. Also ich bleibe ein bisschen bei dem Wagen ne. Ja. Ja unsere Laune ist Bombe. Ja brutal. Ich reize von den Stühlen vor guter Laune. Vor allem von den Stühlen. Ich sitze immer auf 2. Ich habe mir gerade das Gehirn geschlagen. Das Kinn oder das Gehirn? Das Knie. Das Knie. War ich dann nah dran finde ich. Aber es ist noch nicht normal. Es ist keiner da. Ich hab ihn fast down. Ich hatte gerade die Helden verwechselt. Ich hab die rechte Maustaste verkackt. Scheiße. So down. 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 Mief hau ab. Dich braucht kein Mensch. Schon wieder falsch. Wollte ich auf dich machen. Ja. Ich hab wieder den Ultimate abgekommen. Meine Fresse. Oh sie schaffen es nicht. Nächst das. Sorry dass wir jetzt hier gerade in der Folge rangen. Aber wir beide. Verlängerung. Den Wagen müssten wir jetzt aufhalten. Ne? Die Hexe ist immun. Alter. Bomb gegen Fistel. Bin ich einfach des Todes. Was ist denn das? Der ist down. Ich geh auf Drogos. Jawoll. Hat gereicht. Nice. 3 zu 10. Respekt. Ich hab 11 zu 8. Alle. Respekt. Kann ich mich verfeuern. Ne. Glaube ich nimm mal mehr. Weniger Schaden erleiden. Ne. Das heißt. Na gut ich bin ja Tank. Ich wollte ein bisschen mehr Schaden machen. Weil ich das Gefühl hab die gehen einfach nicht runter. Ne. Aber gut. Na wenn ich mir schon allein unseren Androxos anschaue. Gut bei den anderen ist auch die Eevee dabei. Die haben sich eine oder zwei Sachen geholt. Kann mir doch keiner erzählen dass die erst 600 Münzen haben. Also weißt schon. Ja klar. Ich habe einfach schon die ganze Zeit mein Special aber ich weiß nicht wann. Weil die sind so verteilt. Das ist. Da. Da ist halt auch schon wieder Drogos. So. Mief ist down. Der ist auch down. Okay. Bomb King auch. Gut. Mit einnehmen. Mit einnehmen. Ich gebe dir ein Schild. Danke. Achtung. Gitarren von der Seite. Ich bin da oben auf. Okay. Nicht wegziehen lassen. Nein. Bleib hier. Bleib hier. Okay. Okay. Jetzt gehen wir halt mal schön auf die Mitte. Nur rein auf die Mitte. Sollten wir das gleich haben. Achtung bei uns Bomb King, Bomb King. Ich bin down. Ich bin down wegen was? Keine Ahnung. Okay, hat drei Bomben auf mich geschmissen und ich bin down. Kann man mal so machen. Ich probiere jetzt irgendwie mein Special rauszuhauen. Ja, und jetzt kommt er halt nicht vor. Nice. So, ich bin beim Wagen. Ja, okay. Gehen wir eben durch die Höhle durch. Versucht den Drogas von hinten zu können. Ja, jedes Mal hat dieser Vollidiot sein Scheiß Ultimate, ey. Das dritte Mal in der Runde. Aber sieht gut aus bis jetzt. Ich kotz ins Essen. Ne, bitte nicht. Das ist gut. Schau, wenn ich mal Essen vor mir, ist ja das Traurige. Okay, aber sieht gut aus. Oh, es sieht echt mal gut aus. So, ich gehe auf Bomb King. Nice, down. Oh. Oh, da ist Mief. Wie viele Bomben hier sind einfach nur... Oh nein, jetzt kommt Mief natürlich. Ja. Wo ist sie? Okay. Äh, die Waage in diesem Durchgang rechts von dir. Wo lang kann die jetzt knapp von der Zeit? Ja, da wird ein 3-3. Er braucht halt auch ewig lang umzureiten. Du, 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 du. Schaff uns doch in die Verlängerung, Verlängerung wäre schon mal gut. Da müssen wir aber auf dem Wagen sein. Boah, jetzt ist er da schon wieder, man. Ja, ich hab wieder Mief. Ich hab wieder Mief. Und ich bin gleich wieder down. Hab dir ein Schild gegeben. Danke. Ah, shit. Au, 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 au. Ja, zuerst grad ziehe ich mich. Mein Gott, muss auch mal sein. Aber es ist auch immer so, wenn du keine Unterstützung bekommst, dann kann ich das auch mal leicht aufregen. Nicht, wa? Nur leicht. Ja, es ist ja auch nicht so, dass die mich ständig da hinfetzen. mein klar ich war zehnmal tot aber wirklich dreimal allein nur durch sein ultimate und der fliegt dann zigzack durch zig gebäude durch anstatt dass er einfach den direkt vor sich tötet jedes mal geht der idiot auf mich das faktor total auf mich nervt hat er das weißt du bist die mitte zu schützen oder den wagen zu schützen und alle anderen sind irgendwo keine ahnung wo sie sind aber sie sind irgendwo und keiner geht auf den wagen und keiner geht auf den wagen und das raff ich einfach nicht ja macht nichts ich auch ich gehe auf drogas ja du bist auch gleich da weil die mief natürlich wieder da ist ja ich bin auch da drogas ist fast tot ja mief auch ich bin bei dir ein bisschen in die mitte oder gehen die mitte zu heilen ich habe hier kommt keiner rum achtung ohne ist drogas wo hier diese gebäude da ich bleibe in der mitte stehen ich gehe mal hoch ins gebäude achtung special von beiden war zu spät ja jetzt nehmen die andere natürlich ein jetzt nicht mehr ich bin bei der mitte ja ich brauche wieder ich muss bohren ich komm ja 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 ich spawner rappa rappa so wie der wiff ist down aber ich bin mit ihr down als ob das wiff jetzt überlebt hat das ist ich habe mich gut gemacht in dem spiel irgendwas ist schon gut gemacht nachgeladen hast gut ja nachgeladen habe ich wie ein großer schönes ding aber wenigstens gewonnen dann würde ich sagen was sie wieder von dieser folge wenn es euch gefallen hat sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin haut rein und ciao 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 ciao